Die Kohle ist ja gesorgt für schon längst im Lager, sondern weg mit den Seilen. Was ist das? Ich denke, du weißt was Zeug ist. Das ist der Schlappier. Logisch. Das ist der Schlappier. In einer Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nimmer da. Das Opfer für Arlen Kaiser wird nie vergessen sein. Alle habt mich beschissen. Was ist hier los? Peter Berg, wir stellen hier die Fragen. Deswegen lässt du mich abführen wie ein Verbrecher? Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsscheimkehrer heutzutage. Wurden dermaßen gefoltert? Wurde bei der Leiche gefunden, Peter Peter. Wahrscheinlich ein Kamerad von ihm. Willkommen zurück, Inspektor Berg. Oberleutnant Hermann Kreiner. Man schnitt ihm 19 Glieder ab. Kreiner wurde von 19 Holzpflöcken durchbaut. Kreiner, Bernfeld und Richter waren Mitglieder dieses Komitees. Dann, die sind als Nieste dran. Schwerdachtung! Der 19 Gefolterte wollte der Mörder rächen. Der andere Mensch schützt ja, der damals in den Krieg gezogen ist. Den ganzen Krieg habe ich verloren. Keine Stille dort. Entscheinen zuhört. Wer ein Recht zu leben, betut er nicht.